NASA benennt die Crew, die nächstes Jahr um den Mond fliegt. Virgin Orbit ist pleite. James Webb liefert das beste Uranus-Bild aller Zeiten. Die Ariana Group hat einen neuen Chef. ESA Aerospace auf der Zielgeraden. Chinesisches Raketen-Startup erreicht beim ersten Versuch mit einem Treibstoff auf Kohlebasis den Orbit. Das Raumfahrtkommando der Bundeswehr hat das galaktische Imperium zu Gast. Erst das Starlink V2 stürzt in Pazifik und SpaceX kündigt Start in den kommenden Tagen des Starships an. Das und noch viel mehr war diese Woche in der Raumfahrt wichtig. Alle Hintergründe in voller Länge klären wir heute nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-Deals. Am Sonntagnachmittag, den 2. April, hat SpaceX für das US-Verteidigungsministerium einen Low-Cost-Satelliten gestartet, der die Beschaffung von Militärsatelliten in den USA revolutionieren soll. Dort hat man festgestellt, dass China mit der Strategie Schnellbauen, Starten, Testen die Technologieführerschaft der USA überflügeln könnte. Gestartet wurde die Fakinein von der Veneböck Space for Space. Muss ich gestehen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Space Pioneer ist das erste private chinesische Startunternehmen, das mit einer Flüssigtreibstoffrakete eine Umlaufbahn erreicht hat. Und das beim ersten Versuch. Ja, die Tianlong 2, zu deutsch Himmelsdrachen 2, hob am 2. April von Jingquan ab. Die dreistufige Tianlong 2 kann zwei Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern. Novum laut Space Pioneer verwendet die Rakete Kerosin auf Kohlebasis. Soweit ich das bisher im Netz überblicke, ist Space Pioneer mit großer Hilfe des Hauptauftragnehmers der chinesischen Raumfahrt CASC unterwegs. Was ja nicht verwerflich ist, SpaceX hatte ja auch viel Hilfe von der NASA. Winkt mit der Zaunpfahl-Fabrik, wenn es kein deutsches Raketen-Startup in den Orbit schafft, wird die Szene mit Sicherheit sagen, die Agenturen haben nicht genug geholfen. Space Pioneer plant mit der Tianlong 3 dann eine teilweise wiederverwendbare, deutlich größere Rakete. Auch in China, das Raketen-Startup iSpace hat am Freitagmorgen, den 7. April, seine Hyperbola-1-Feststoffrakete gestartet. Was gestartet wurde und ob es für einen Orbit gereicht hat, war bei Redaktionsschluss noch nicht klar. Die Hyperbola-1 basiert sehr wahrscheinlich auf einer chinesischen Dongfeng-Interkontinental-Rakete. Startplatz war Jingquan. Auch am Freitag hat SpaceX seine Falcon 9 mit InterSat 40e gestartet. Startplatz war Cape Canaveral. Für mich der Start der Woche. Ich habe mit senkrechtstarter Global einen englischsprachigen Kanal gestartet. Keine Angst, die Videos sind annähernd die gleichen, aber ich hoffe so, einen besseren Zugang zur internationalen Community zu bekommen. Mein Englisch muss noch besser werden, aber wie bei so vielem einfach mal loslegen. Wenn du das Projekt unterstützen magst, freue ich mich natürlich, wenn du abonnierst und mit Menschen teilst, die senkrechtstarter gerne auf Englisch sehen würden. Der Todeskampf hat ein Ende. Virgin Orbit hat Insolvenz angemeldet. Nachdem das Unternehmen mehr als eine Milliarde Dollar verbraucht hat und nicht genug Finanzierung zur Fortführung des Startbetriebs aufbringen kann, ist nun Schicht im Schacht. Der Schritt in die Insolvenz soll helfen, das Unternehmen zu verkaufen. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat das beste Bild von Uranus gemacht. Bisher hatte nur Voyager 2 und das Keck-Teleskop die Ringe von Uranus überhaupt auflösen können. Umso schöner die neuen Bildern des Eisriesen in voller Pracht zu sehen. Falls du dich fragst, warum das Bild von unten gemacht wurde, das ist tatsächlich von der Seite. Denn Uranus ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem, der auf seiner Umlaufbahn um fast 90 Grad zur Seite geneigt ist. Das führt zu ein paar ziemlich extremen Bedingungen. Diese einzigartige Neigung führt zu extremen Jahreszeiten. So herrscht abwechselnd auf der Nord- und Südhalbkugel 42 Jahre Sonnenlicht und 42 Jahre Dunkelheit. Uranus gilt als der am wenigsten erforschte Planet des Sonnensystems. Nur die NASA-Sonde Voyager 2 hat ihn überhaupt besucht. Das war 1986. James-Webb, womit ist es gestartet? Genau, mit einer Ariane 5. Die Ariane Group hat einen neuen CEO. Am 4. April wurde Martin Sion vom Bordmitglied, jetzt neuer CEO des französischen Luft- und Raumfahrtunternehmens. Er wird Nachfolger von André Hubert-Russell. Wen das Thema mehr interessiert, dem lege ich den englischen Newsletter von Andrew Parsonson nahe. Eines der ersten öffentlichen Statements in neuer Funktion wurde auf Twitter sofort zerrissen, dass der europäische Raketenstaatssektor nur eine schwierige Phase durchlaufe. Aber dass das Geschäftsmodell nicht das Problem sei, hat Elon Musk nur mit dem Satz kommentiert, die müssen wiederverwendbar Raketen machen. Das deutsche Raketenstartup Isar Aerospace hat in einer dritten Finanzierungsrunde über 155 Millionen Euro eingeheimst. Laut eigenen Angaben ist es damit die größte Space-Tech-Finanzierungsrunde weltweit und eine der größten europäischen Deep-Tech-Finanzierungsrunden in diesem Jahr. Isar Aerospace möchte Ende dieses Jahres von Andoya in Norwegen seine Spektrum-Rakete starten. Isar ist auf Senkrecht-Starte ja kein Unbekannter und von den drei deutschen Startups als Sieger aus dem Micro-Launcher-Wettbewerb des DLR hervorgegangen. Wie Eric Berger von Ars Technica schreibt, generell gilt bei Raketenstartups, dass Unternehmen, die etwa 100 Millionen Dollar an Finanzierungsmitteln aufgebracht haben, ernst genommen werden sollten. Wenn sie 250 Millionen Dollar oder mehr aufgebracht haben, befinden sie sich auf einem sehr guten Weg für einen Bau einer Rakete, die eine Orbit erreichen kann. Also Isar verfügt über sehr gute Bedingungen. Durch Eric Bergers Buch über die frühen Tage von SpaceX habe ich die ehemaligen SpaceX-Ingenieure Hans Königsmann und Bülent Altern kennengelernt, mit denen ich hier ja Interviews führen durfte über die schwierigen ersten Jahre von SpaceX. Die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Sehr, sehr sehenswert. Bülent Altern ist Angel-Investor bei Isar und sagte zur neuen Finanzierungsrunde, Isar Aerospace ist ein Katalysator für das enorme Wachstum in diesem Sektor und dass er sich auf einen ersten Start sehr, sehr freue. Raketen-Startup darf man bei Rocket Lab nicht mehr sagen. Die starten ja nach SpaceX als amerikanischer Startanbieter am meisten. Rocket Lab, genauer der CEO Peter Beck, hat ein Video vom Wiedereintritt des Elektron-Boosters gezeigt. Man versucht ja bei Rocket Lab ja aktuell das Helikopter-Fangen-Manöver einzusparen. Zerfallen die Erststufen-Booster so ins Meer und haben Salzwasser-Kontakt. Laut Peter Beck hat sich das aber als weniger problematisch herausgestellt als gedacht. Rocket Lab ursprünglich aus Neuseeland. Dort hat man wohl eine Affinität zur Raumfahrt. Dan Aerospace hat die Woche ein Video geteilt, das einen Testflug ihres MK2 Aurora-Raumfahrzeuges zeigt. Es ist 4,5 Meter lang und wird von einem Raketentriebwerk, das mit Kerosin und Wasserstoffperoxid betrieben wird, angetrieben. Bei den ersten Flügen erreichte das Raketenflugzeug eine Höhe von rund 1800 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 315 Kilometern pro Stunde. Bei der nächsten Testkampagne in Neuseeland soll das Fahrzeug eine Höhe von etwa 20 Kilometern erreichen. Die aus diesen Flügen gewonnene Erkenntnis soll dann in eine zweite Version des MK2 Aurora einfließen. Sie soll noch vor Ende dieses Jahres starten. Ziel ist ein vollständig wiederverwendbares Raketenflugzeug, das es suborbital bis über die Karmann-Linie schafft. Ein ähnliches Projekt gibt es übrigens auch in Deutschland, tatsächlich sogar ganz in meiner Nähe. Auch das deutsche Luft- und Raumfahrt-Startup Polaris Raumfahrzeuge GmbH entwickelt ein revolutionäres, wiederverwendbares Hyperschalltransportsystem, das wie ein Flugzeug funktionieren soll. Ein erster Prototyp wurde im Auftrag der Bundeswehr gebaut und getestet. Apropos Bundeswehr, auch Deutschland besitzt ja eine Space Force, genauer das Weltraumkommando der Bundeswehr. Im Netz gab es viel Aufmerksamkeit für die Einweihung eines neuen Gebäudes, weil Darth Vader und eine Handvoll Stormtrooper als Ehrengäste vorbeigeschaut haben. Ob das eine gute Idee war, kann ich als großer Star-Wars-Fan und daher massiv befangen nicht sagen. Aber vielleicht folgender Hinweis. In den USA wurde bei einer Zeremonie der Space Force durchaus schon Star-Wars-Cosplayer eingeladen. Kommen wir zu den ISS-News. Nach erfolgreichem Abdocken und Landen der beschädigten Soyuz MS-22 soll es nun mit den aufgrund der Soyuz-Lex am 15. Dezember abgebrochenen Außeneinsätze zur Inbetriebnahme des russischen Nauka-Moduls weitergehen. Damit dieser Außeneinsatz jedoch fortgesetzt werden kann, musste zunächst die neue Ersatz-Soyuz MS-23 von der Poisk Luftschleuse an Prischal umgedockt werden. Dies erfolgte am 6. April. Dabei wurde ganz nebenbei der erstmalige Flug mit Menschen im All getestet, dieser Soyuz, da diese ja zuvor unbemannt gestartet und zur ISS geflogen war. Ganz interessant, dass die gesamte Crew der Soyuz für dieses Manöver an Bord gegangen ist, denn wäre das erneute Docken nicht erfolgreich gewesen, hätte man landen müssen. Würde das ohne die vollständige Besatzung passieren, würden ja Teile der Besatzung auf der ISS stranden. Endlich ist es soweit. Nach über 50 Jahren hat die NASA letzten Montag, den 3. April, erstmalig wieder eine Besatzung eines Raumschiffs bekannt gegeben, welches den nahen Erdorbit verlassen wird. Die Artemis 2-Crew wird noch nicht auf dem Mond landen. Vielmehr soll sie, ähnlich wie damals Apollo 8, den Mond in einer zehntägigen Mission zunächst einmal umkreisen. Dabei sollen die Lebenserhaltungssysteme der Orion-Kapsel getestet werden. Nun also gab der NASA-Administrator Bill Nelson die Besatzung von Artemis 2 bekannt. Und zwar Kommandant Reed Wiseman. Reed flog bereits zusammen mit Alexander Gerst 2014 für 165 Tage mit der Soyuz zur ISS. Später wurde er dann Kommandant der 21. NEMO-Unterwassermission der NASA vor der Küste Floridas. Zu dieser Crew gehörte übrigens auch Matthias Maurer. Als Pilot wird fliegen Victor Glover. Victor wurde bekannt als Pilot der Crew Dragon Mission Crew 1, also der ersten regulären Langzeitmission einer SpaceX Dragon zur ISS im Jahr 2020-21. Victor wird der erste farbige Mensch sein, der zum Mond fliegt. Als Mission Specialist One wurde Christina Koch ausgewählt. Christina hat derzeit den Rekord für den längsten ununterbrochenen Raumflug einer Frau. Sie war zwischen März 2019 und Februar 2020 ganze 328 Tage ununterbrochen auf der ISS. Sie wird die erste Frau sein, die zum Mond fliegen wird. Als Mission Specialist Two wurde Jeremy Hansen ausgewählt. Jeremy ist Astronaut der Canadian Space Agency und wird somit der erste Nicht-US-Amerikaner sein, der zum Mond fliegt. Auf die Frage, warum eigentlich ein Kanadier, antwortete Jeremy im Scherz, naja, damit sollte etwas schief gehen die USA, dann Kanada dafür verantwortlich machen könnten. Seit die vier Astronauten bekannt gegeben wurden, tingeln sie von einer US-TV-Show zur nächsten. Unter anderem waren sie Gäste der Late-Show von Steve Colbert. Während dieses Auftritts fragte Steve, Ja, die Astronauten, wer von den vier die Aufgabe haben werde, die Sauerstofftanks zu aktivieren. Wir erinnern uns, das Aktivieren der Sauerstofftanks, das ist ja bei Apollo 13 in einer Explosion geendet. Für mich der Apollo-Moment der Woche. Den Link zur Show, den teile ich euch unter dem Video. Übrigens werden besagte Sauerstofftanks des European Service Moduls in Bremen bei Airbus eingebaut. Die Fertigung des ESM, die durfte ich ja bereits besuchen. Und sogar das ESM Nummer 3, das dann die Astronauten der Mondlandung von Artemis 3 versorgen wird, konnte ich aus nächster Nähe sehen. Link auch dazu in der Beschreibung. Ich hatte schon darüber berichtet, die erst kürzlich gestarteten Starlink V2 Minis haben Probleme. Nun hat man den ersten kontrolliert vor der Küste von Kalifornien zum Absturz gebracht. Bisher waren die Satelliten nicht auf ihre vorhergesehenen Bahnen aufgestiegen. Wohin Elon Musk ja auf Twitter geschrieben hat, man habe mit dieser neuen Generation von Satelliten eben noch Probleme. Mindestens zwei der eigentlich nur als Interimslösung gebauten V2 Minis sind nun aber doch dabei, durch ihre Ionentriebwerke aufzusteigen. Als Zwischenlösung wurden die V2 Minis eingeführt, um das an seine Kapazitätsgrenzen stoßende Starlink mit mehr Bandbreite zu versorgen, als es die erste Generation halt vermag. Die eigentlich dafür vorgesehenen 7 Meter langen und 1,3 Tonnen schweren Starlink V2 können nur mit dem Starship gestartet werden. Wie SpaceX auf Twitter mitteilte, wird das Starship in der kommenden Woche, also ab dem 10. April, einen Starttest durchführen. Also einen Test der gesamten Rakete, aber die Rakete soll noch nicht abheben. Wir wissen leider nicht, wie dieser Test ablaufen wird und ob SpaceX einen Livestream anbieten wird. Natürlich werde ich mir das alles ansehen und im Zweifelsfall auch spontan einen Livestream starten. Wenn du wie der Großteil der Community seit zwei Jahren auf diesen Start wartest, ja, es galt noch nie so sehr wie gerade, abonnieren, Glocke an und am besten außerdem mir bei Twitter folgen, damit ich dich abseits meiner regelmäßigen Formate auch kurzfristig informieren kann. Die Woche gab es einige Aufregungen, da schon Flugtests für den 10. April angekündigt wurden. Das wurde aber auf Nicht-Flugaktivität angepasst. Es gibt momentan, Stand 8. April, noch immer keine Starterlaubnis der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA. Da es ein Prototyp ist, kann sich das aber mit dem weiteren Testfortschritt schnell ändern, wenn SpaceX die Dinge demonstriert, die laut FAA für einen sicheren Startversuch noch benötigt werden. Es kann ebenso gut sein, dass SpaceX Chip 24 nochmal runternehmen muss, beziehungsweise kurz anheben von Booster 7. Laut NASA Space Flight gibt es da sonst keine Möglichkeit, die Sicherungssplinte der Sprengladung zu ziehen. Jo, 5000 Tonnen, fast ausschließlich Methan und Sauerstoff und dann packen die da eine Bombe rein. Das Schlagwort ist Flight Termination System, FTS. Ja, sollte etwas schief gehen, gibt es einen staatlichen Range Officer, der die Rakete manuell sprengen kann. Davon wird in den USA bei Prototypenstarts auch übrigens regelmäßig Gebrauch gemacht. Wie sagt Elon Musk, egal wie es ausgeht, Unterhaltung ist garantiert. Gutes Indiz, dass es wirklich bald soweit ist. Auch der Everdeer Astronaut Tim Dodd hat den Starship-Start jetzt in seiner Startankündigung drin. Aktuell für Montag, den 17. April um 14 Uhr im ESZ. Wobei das der Zeitpunkt ist, wo es in Boca Chica hell wird und dann stehen einige Stunden für einen Startversuch zur Verfügung. Fun Fact, sollte der Start dann erfolgen und auch das Starship 24 es bis zum Re-Entry vor Hawaii schaffen, ist es dort noch dunkel. Was ein Re-Entry natürlich noch eindrücklicher macht. Egal wie er ausgeht. Ob Start und oder Re-Entry von der NASA überwacht werden, ist mir aktuell nicht bekannt. De facto hat aber die NASA den Einsatz mindestens eines ihrer Höhenflugzeuge vom Typ WB-57 für die Beobachtung des Starship-Testflugs reserviert. Ist klar, da gibt es bei der NASA nicht nur ein wissenschaftliches Interesse. Die NASA hat sich ja im Artemis-Programm auf das Starship als Landefähre für den Mond festgelegt. Und damit das Human Landing System HLS es zum Mond schafft, muss das Starship samt Booster mindestens als Wegwerfrakete funktionieren. Der erste Starship-Orbitalflug-Versuch. Ich bin natürlich super hyped. Trotzdem sollten wir vielleicht unsere Erwartungen an diesen Flug etwas dämpfen. Ganz viele Dinge werden auf diesem Flug das allererste Mal gemacht oder ausprobiert. Ich würde es schon als den puren Wahnsinn feiern, wenn die Rakete überhaupt abhebt. Und spätestens dann, wenn es die Rakete durch Max-Q schafft, also den Punkt, wo die maximalen aerodynamischen Lasten auf die Rakete wirken. Ja, das wäre unglaublich und ein unheimlicher Erfolg für SpaceX. Und sollte doch alles anders kommen, passt schon. Denn sollte der Start kein Erfolg werden und müsste das Design des Starship nicht grundlegend geändert werden, spricht wenig gegen einen weiteren zeitnahen Start. Booster 9 und Chip 25 werden ja schon länger auf einen Flug vorbereitet. Wenn du dich nochmal auf den neuesten Stand im Starship-Programm bringen möchtest, in der Videobeschreibung verlinke ich dir meine Videos über Starship, immerhin mit 120 Metern die größte und mit 7590 Tonnen schubstärkste Rakete aller Zeiten oder die je gebaut wurde. Und die Menschheit ja zu Mond und Mars tragen soll. Es wird nun wirklich heiß. Da traue ich mich auch nicht mehr weiter zu behaupten, dass die Starts der kommenden Wochen noch vor einem Starship-Orbitalflug erfolgen werden. Am Dienstag, den 11. April, planen SpaceX einen Falcon 9-Start. Transporter 7 steht an. Also ein reiner Rideshare-Flug mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Nutzlasten. Immer sehr, sehr schön anzusehen. Gestartet wird von der Vendelberg Space Force Base, voraussichtlich um 8.48 Uhr MESZ. Eine der wichtigsten Missionen in diesem Jahr und für mich die wichtigste ESA-Mission überhaupt. JUICE, der Jupiter Icy Moons Explorer, soll am Donnerstag, den 13. April um 14.15 Uhr zum Jupiter starten. An Bord der vorletzten Ariane 5. Das wird historisch. Werde ich auf alle Fälle live streamen. Meine Videos zu meinen Besuchen in der JUICE-Fertigung in Toulouse verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Dir hat es wieder gefallen? Ja, dann Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Hier kannst du abonnieren. Immer sonntags erscheinen hier die Senkrechtstarter-Raumfahrt-News und immer mittwochs die Senkrechtstarter-Technik-Episoden. Ein Video, das dich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier. Und die Technik-Episode von dieser Woche, die findest du hier. Missionen zum Mond, zum Jupiter. Richtig krasse Zeit gerade. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. 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 Vielen Dank.